Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Black Ops 3. Heute ist Mr. Level 1000 Raptor dabei. Was geht Leute? Ich bin süchtig. Genau, richtig. Black Ops 3 mit der MSMC Leute. Wir haben es nicht vergessen, die kam ja irgendwann rein. Das einzige, was ja noch gefehlt hat, wäre die Scar gewesen. Aber trotzdem, die XMC ist da und wir haben in Stellung auch nie so eine Lobby gefunden. Deswegen wurde die Aufnahme direkt gestartet. Aber bei Nuketown, Digga, das wird richtig belastend, glaube ich. Digga, es gibt sogar WXP. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit für den Herrenskorpion zu prestigen? Das glaube ich nicht, Digga. Ach, schade, Digga. So, nehmen wir heute den Laser mal mit hier, die XMC. So. Boah, let's go, man. Dann hätten wir eigentlich mit Laseraufsatz auch direkt spielen müssen. Lasermarkierer, ja, Digga. Aber das wäre zu unfair, Digga, weil aus der Hüfte auch noch so einen Laser zu haben ist schon echt hart, Digga. Digga, Sir rasiert, rasiert mich direkt. Den hatte ich auch schon rasiert. Ja, Digga, er hat halt den Laser dabei. Boah, Digga, muss ich mich wieder so dran gewöhnen. Oh, One Shot in Hell, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde so rasiert bis jetzt, Digga. Oh mein Gott, Digga, die machen es so ernst. Oh mein Gott. Ja, das Spiel ist doch wie so schnell gewesen, Marcel. Ist so, Digga, wir spielen ja Absolute Infinite Warfare gerade. Nein! Ist echt so, Digga. Alter, das Spiel ist so schnell. Es ist so schnell. Ich habe so kein Aim mit der XMC, merke ich gerade. Holy Shit. Aber es ist ein Laser, Digga. Oh mein Gott. Wenn ich mal sage, ich habe sowas noch nicht gesehen, ne? Ich bin dauerhaft im Gunfight. Ich gebe gerade keine ruhige Sekunde hier. Digga, what the fuck, man? Alter, das ist zu krass. Was ist das denn? What the fuck? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich muss hier Spawns pre-feiern, um irgendwie klar zu kommen. Oh mein Gott, Digga. Das ist zu belastend. Was ist das? Oh mein Gott, habe ich ihm Zeit an seines Lebens gegeben. Geist, Digga. Nein. Digga, du hast schon 44 Kills. What the fuck? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie du das machst, Alter. Gerade auch nicht, Digga. Ja, ich bin wirklich 24-7 im Gunfight. Gerade, Digga. Das ist kein Joke. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Kontrolle im Game. Lol. Nice one. Geil, wie man nicht wallbangt kann in dem Spiel. Ja, ja. Oh mein Gott, Digga. Wie ich die Ficke gerade. Ja, ich laufe direkt. Spawn da direkt wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie die da spawnen. Ja, dieser Spawn, Digga. Das ist zu krass. What the fuck? Digga. Ich habe wieder Orbi. Oh mein Gott, ich habe so die Stellung geraved gerade. Digga. Warte, ich hau raus. Ich habe auch gleich wieder Orbi. Was mache ich hier? Auch gleich wieder Orbi. Ich drück den gleich Energie-Camp, wenn es gut läuft. Ich habe gleich Nuklear, Digga. Toll. Glaube ich, wenn das so weitergeht. Der hat hier eine Sense in der Mitte. Pass auf. Die Sense, absolut gefickt. Okay, ich habe auch Dingens. Ich habe auch. Nice, hau raus. Sehr gut. Nein, hinter mir. Oh. Okay, ich habe Energie-Kern. Nice, Digga. Nice, sehr gut, Digga. Come on. Oh mein Gott, Digga. Was passiert hier, man? Hinter mir. Oh. Team Mike, kill ihn. Nice. Oh. Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Aber Orbi. Oh mein Gott, Digga. Was passiert hier? Was? Oh mein Gott, Dominik. Hilfe. Wieder Energie-Kern und Hater. Nice, Digga. Nice, Digga. Let's go. Come on. Oh mein Gott, Teammate. Danke, 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 danke. Oh mein Gott, ich habe Nuklear. Oh mein Gott, halt's Maul. Doch, Digga. What the fuck? Was zum Teufel? Was passiert hier? Was? Komm, Orbi, komm. Mein Gott, Dominik. Ich bin immer noch Off-Streak, Digga. Mach immer noch... Nein, ich bin auch so Off-Streak gewesen. Ich weiß nicht, was ich für einen Streak hatte. Oh Gott, Digga, ich gucke gleich meine Medaillen an. Es hört nicht auf, Marcel, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Okay, ich habe keine Muni mehr. Ich muss ihm... Okay, jetzt bin ich tot. What the fuck? Digga, was machst du mit denen, Digga? Alter. Du kannst du einer Plus machen. Digga, jetzt bin ich nicht mehr Off-Streak. Ich glaube, jetzt schaffe ich nichts mehr. Jetzt komme ich nicht mehr an die Kills. Mein Gott. Heilige Scheiße, Digga. Digga, ich war noch nie so warm, Digga. Ich war seit ein paar Monaten nicht mehr so warm im COD. Ich werde absolut gerapt im Gunfight. Ich weiß gar nicht, was es für eine Gunstreak war, Digga. Vielleicht mal gucken. Ja, da musst du auf jeden Fall irgendwas von reinschneiden, Digga. Mein Gott, Digga. Mein Gott. Mein Gott. Immer noch im Spawn. Aber wenn die Team-Mets aus dem Hill gehen, vielleicht kann ich es doch noch schaffen. Nein, er holt mich mit dieser komischen Banshee, Digga. What the fuck? Hat leider nur für 95 Kills gereicht. Alter, Dominik, krank. Mit Nuklearen. Let's go, Baby. Ja. Ich fange mir jetzt mal die KVK ein. Ist ja auch als Laser bekannt. Ja, es gibt so einige Laser-Waffen in dem Game, habe ich gehört. Ja. Warte, warte, ich mache jetzt den Orbi-Fresh. Oh mein Gott. Spawn immer noch. Ja, ich brauche nur ein bisschen Lack, dass ich nicht von Zerr rasiert mit einer DIY-Renovator geprefired werde, Digga. Hinter dir. Habe ich. Oh mein Gott, ich habe gerade gut geraped. Ja, warte. Unten ist einer. Der hat mich gewonshottet, weil der KVK überspielt hat. Nein, hier ist einer gespawnt. Oh mein Gott, habe ich ihm Turn-On seines Lebens gegeben. Okay, jetzt spawnen die woanders. Jetzt spawnen die woanders. Die spawnen nicht bei dir gerade. Das war so krass, Digga, der Turn-On. Weiß, Digga. Ja, Kabooms gibt so alles, Digga. Digga, DNA Kabooms ist das bestimmt. Ich habe Angst, dass ich hier spawnen. Digga, ich bin so alleine hier. Spawn da bei der Bridge. Ich bin bei der Bridge. Ne, bei der unteren hier, beim Mittel-Hill. Alle springen oben, Balkon rein, den habe ich. What the fuck, ich bin kurz vor Streaks. Ehrlich? Ja. Ich meine, ich habe eine Drohne. Pass auf, aber ich habe auch eine. Okay. Die kommen nicht, Digga, wo ich sie erwarte. Nein, ich sterbe wegen Revenator. Oh nein. Mann. Nein, ich sterbe wieder vor Orbi. Digga, man kann nicht so viel Pech haben, Digga. Der liegt echt auf hinter mir. Oh mein Gott. Hui. Hinter mir sind alle, Digga. Hinter mir sind alle. Ja. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hast du die Tür? Äh, ja, ja, ja. Abgrund ist mir schon. Warte, pass auf, pass auf, pass auf. Eins. Okay, die Stellung habe ich mir jetzt paar Mal gesneakt. Von der Drohne? Das war rasiert. Hast du mich nicht gesehen, wa? Okay. Teammate blockiert mich. Sing es die Streak? Na, wa, 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 was, was? Ich glaube es nicht. Gebote blockt, Digga. Aber so wurde ich noch nie in meinem Leben gebote blockt. Oh mein Gott. Das hat man sogar in der Killcam gesehen. Das habe ich noch nie gehabt. Ich hau play sie einfach immer noch, Digga. Das ist zu krass, was ich gerade mit dem gemacht habe. Hier im Hill. Noch zwei. Ja, ich bin einfach eine Maschine, Digga. Lass mal eine andere Lobby nochmal suchen. Ja. So, Leute. Let's go auf Strung Holt. Oh, Strung Holt. Strung Holt. Sag auch gerne Hong-Strell, Digga. Vielleicht mal kurz den Tryhard Plus können, um noch besser zu spielen. So, Homo. Eins, zwei, Digga. Die spawnen die Eda. Digga, so ein richtiges Mädchen. Sie spielt Kuda mit LV und mit einer lilanen Tarnung. Eine richtige F***, meinst du? Genau. Digga, die MSLC ist so geil. Digga, die ist so gut. Oh mein Gott, Digga. Sie ist so ein Laser. Oh mein Gott, sie ist so ein scheiß Laser, Digga. Ich schwöre es dir. Oh mein Gott. Wenn ich den hole, dann ist sie... Oh mein Gott. Nein. Oh, ich hätte ihn fast gegeben. Assassin Girl outgunnt mich natürlich. Oh mein Gott, super Abschuss. Lol. Warte, warte, warte. Ich habe die Nettel aus Versehen angemacht, dich Idiot. Okay, let's go. Oh mein Gott, Digga. Das war Raptor Movement. Oh shit, Digga. Also, mit was? Digga. Gut, dass die XMC aus der Hüfte so schwach ist. Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, ich bin schon auf 20-Streak, Digga. Ja, mach mal die Nude, Digga. Wär schon lit. Gönn mir jetzt hier die zweite in einem Video. Stimmt. Degradier mich dann noch ein bisschen heftiger. Oh mein Gott, Digga. Aus der Hüfte ist das so ein Laser. Oh, wie? Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, auf einmal kommt er nicht mit Kriegsmaschine um die Ecke. Ich glaube es nicht. Ja, warte mal. Wie wahrscheinlich ist eine Back-to-Back, wenn du sofort aufhörst und killst. Okay, dann hör auf mit Kills, ich mach auch eine, Digga. Boah, das wär zu heftig. Ich bin 65 vor Hater. Boah, die Waffe ist so schlecht, okay. Okay, also ich muss da jetzt rüber, also schnell. Ich stell mich in die Ecke, ne? Ja. Mein Gott, die Waffe ist so scheiße. Oh mein Gott, Gott sei Dank hab ich den Kill gekriegt. Es geht absolut. Spawnen alle bei mir. Spawnen alle bei mir. Oh Gott, Digga, warte, okay. Läuft das gut. Nice. Skrupellos. Nice. Ah, es geht nicht, ja doch, es geht noch. Doch, es geht noch, es geht noch. Hab das schon berechnet. Oh Gott, Digga. Ich muss die ganze Zeit Waffen aufheben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie weak ist der? Okay, die gehen hier grad, die gehen alle in den Menschen rein. Äh, 2 sind Bedroom, 3 sind Bedroom, Digga. Okay, warte. Ja, 3 sind Bedroom. Ich glaub hier hinten ist noch einer, oder? Ja, warte, ich muss... Oh mein Gott. Nein! Nein! Ich hatte sogar Kinetic, er hat Olympia, Digga. Fuck, Digga. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott, das wär zu hart gewesen. Ja, ja. Das wär auch krass gewesen, Digga. Du hättest die Zeit alle Kills machen müssen, Digga. Ja, ja. Okay Leute, ich würd sagen, das war richtig nice, wie you take red das Kanal ab. Da haben wir vor ein paar Tagen auch ein Video hochgeladen. Lass ein Like da, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.